Musik Ich habe immer gerne so eine Geschichte, die die Kollektion erzählt. Also das brauche ich für mich, also dass ich da einfach so ein paar Eckpunkte habe. Musik Ich denke, es ist ja eine Wechselwirkung. Also mein Stil beeinflusst meine Arbeit und wieder umgekehrt. Aber natürlich dadurch, dass ich jede Saison natürlich immer wieder andere Themen recherchiere und für die Kollektion und andere Farbthemen habe, setze ich mich natürlich mit ganz vielen Sachen auseinander. Und das beeinflusst dann schon auch immer, was ich gerne mag und toll, was ich gerne anziehe. Musik Ja, also die kommende Herbst-Winter, die heißt Hibernation Affair. Und da geht es um die Geschichte, wie man so über den Winter kommt. Und dass man natürlich am besten eine Affäre mit irgendwas hat. Also sei es jetzt mit einem Mann oder mit einem Traum oder mit einer Reise oder mit einer Art von Exotik, mit der man sich umgibt. Musik Ich mag einfach Frauen, die so ihre Sache machen, sich wohlfühlen in ihrer Haut, die Spaß haben, die lustig sind. Musik